Und jetzt für euch die etwas andere Jahresvorausschau auf das Jahr 2011 mit eurem Franz Zehnbier. Januar, NASA entdeckt intelligentes Leben bei RTL 2. Euter angenäht, erster Bauer wird Frau. Februar, Poptitan immer strenger. Bullen schmeißt sich selbst im Recall raus. Wahnsinn, Leute, also das hätte ich ja nur, also echt, da hätte er echt mal ein Auge zudrücken können, oder? Februar, alter Schwede, Karl Gustav kauft die Reeperbahn. Urknall schuld an Hesterstinitus? Wer weiß da schon so genau. Ja, neue FIFA-Regel für die Frauen-WM. Trikottausch nach jedem Spiel. Merz, raus aus den Schulden. Zwegagotz rettet Griechenland. Neuer Job bei Vox für Kachelmann. Kachelmann moderiert dort jetzt die wahren Hiebe. April. Arno Dübel, Deutschland's faulster Arbeitslose. Er leidet einen Arbeitsunfall. Endlich ein deutscher Royal. Papst krönt Kaiser Karl den Guten. Mai. Meine Elffreundinnen müsst ihr sein. Loda Matthäus trainiert die Frauen-Nationalelf. Das Sensations-Comeback im Sport. Jan Ulrich wird Epotheker. Juni. Westerwelle im sechsten Monat. Ja, es wird ein Junge. Der Spiegel enthüllt die Facebook-Tagebücher von Hitler. Juli. Neue TV-Show. SSDS. Sarrazin sucht den Super-Türken. Stefan Raab stinksauer auf Elten. Elten's Baby mit Lena. August. Reinhold Messmer erklimmt Griechenland-Schuldenberg. Das Ganze ohne Sauerstoffgerät. Etch Balak. Lahm tätowiert sich. Eine Kapitänsbinde auf den Oberarm. September. Nord- und Südkorea wieder vereint. Dortmund und Schalke bilden eine Spielvereinigung. Unser Geißler schlichtet alles. Die Deutsche Bahn hat mit neuem Führungswechsel neues Konzept für die Zukunft. Emma statt ICE. Jim Knopf wird neuer Bahnchef. Oktober. Wegen dem Rauchverbot auf dem Münchner Oktoberfest wurde von den Festwirten das erste Nikotinbier entwickelt. November. Frau zu Guttenberg schnappt sich Bin Laden. Kates Baby hat Schals Ohren. Und unser Schummi wird Boxenluder bei Vettel. Er will's nochmal schaffen. Er will Weltmeister werden. Dezember. Ursula von der Leyen adoptiert das achte Kind. Christina Schröder. Und der Boxhammer zum Jahresende, Leute. Klitschko gegen Klitschko live auf Satire.tv. Und die letzte Meldung des Jahres. Franz Zehnbier verdrängt Christian Wulff aus dem Amt des Bundespräsidenten. Das war mit Zehnbier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns. Mit ein paar Bier. Prost. Parkbank. Überall und nah. Immer. für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Urte.